moin moin herzlich willkommen zum großen finale des xbox user.de life is strange durchgerockt der komplett lösung des walkthroughs des weiß auch immer ich noch an superlativen und tollen begriffen reinpacken kann unser let's play zu life is strange wir haben bisher alle episoden durchgespielt und fangen jetzt mit der letzten episode an dieses ist part 1 ich werde die episode wieder teilen ich kann auch nicht genau sagen wann ich sie teilen in der letzten episode haben wir gesehen dass die insgesamt länger ging als wir dachten auch weil ich mich dumm angestellt habe lange rede kurzer sinn wir starten direkt wieder mit unserem recap der letzten episode steigen danach direkt rein und gucken was wir im großen finale nach dem in anführungszeichen twist der letzten folge machen können let's go der zeit gehe immer richtig toll kaffee saufen und ihr guckt euch den zusammenschnitt der letzten folge an so was rachelle in the darkroom over and over that's it we can't trust anybody except each other you know more Nein, du und Chloe glaubst, dass du mehr wissen als jeder, wie alle Teenagern. Oh, schau, die Wunder-Twins. Was machst du in meinem Dorf? Du bist so fucking dead! Nathan ist wirklich psychotisch. Ich weiß, er hat etwas zu tun mit Rachel missing. Kate war nicht die erste. All diese Binders sind mit anderen Verzüge. Was machst du hier, Max? Viktoria muss sein. Was für eine blöde Gimmick. Rachel, warum er sie auf den Boden stellt? Woher? In der Binderschaft. Max, wir müssen diesen Ort finden, jetzt! Rachel, warum? Ich bin sorry, Chloe. Ich bin so sorry. Ich weiß, dass du zu Nathan bist, aber dein Leben ist in sehr gefährlich. Nathan hat mich gebeten. Er sagt, es gibt keine Beweise, nachdem er es geschafft hat. Oh Gott, Max, schau! Sie ist noch da. Oh, nein! Chloe! Wie? What the fuck? Ganz kurz von mir noch dazu. Ich habe letztes Mal erst festgestellt, dass man ja die Entscheidung hinterher nochmal gucken kann. Typisch über Telltale auch. Wie die Community sich entschieden hat, wie man sich selber entschieden hat. Und habe festgestellt, dass man tatsächlich hätte in der zweiten Episode einen Suizid verhindern können. Ich habe mir mal eingeredet, das wäre nicht möglich gewesen. So wie man das in echt sich wahrscheinlich auch einredet. Also es waren offensichtlich nicht alle Entscheidungen gut, die ich getroffen habe. Aber das war uns von Anfang an klar, weil ich bin ja immer auf Konfrontation gegangen. Auch diesen Pfad werde ich jetzt in der letzten Episode weitermachen und wir schauen rein, ob wir Chloe wieder ins Leben holen können. Okay, wie man es vermutet hat, sind wir jetzt wahrscheinlich irgendwie da unten in diesem sogenannten Dark Room. Ich vermute, dass das jetzt auch mal ein bisschen finsterer wird von der Stimmung her. Das ist jetzt alles andere als irgendein Teenage-Mobbing-Drama. Das ist jetzt alles andere als irgendein Teenage-Mobbing-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie die Zeitwehr zurückspulen konnten, sonst sieht es hier schlecht aus für uns. So... Max wacht langsam auf. Okay, Zeitruckspulen geht nicht. Oh, es ist eine Dark Room. Ich habe jetzt vermutlich nicht viel machen können hier. Es ist so einfach wäre, wenn vielleicht die anderen Girls auch entkommen. Bitte, Hilfe! Hilfe! Hat vielleicht der Lehrer das alles Nathan nur zugeschoben? Vielleicht ist Nathan gar nicht der Böse. Let's see. Great. Ich kann all meine Dinge sehen, aber ich kann es nicht holen. Hilfe! Somebody help me! Die rechte Hand noch mal. Diese Strasse verletzten. Das ist schon mal gut. Jetzt sollte ich mir den Tisch ranholen. Sehr gut. Natürlich, ich habe jetzt auch noch Zeit, mir das Foto anzugucken. Ich liebe mich so zu sehen. Du betrachtest für das, Jefferson. Ah, jetzt könnte ich das Foto scharf stellen und in die Zeit zurückreisen. Gott! Ich erinnere mich gar nicht, was passiert. Ich liebe mich so zu sehen. Du betrachtest für das, Jefferson. Ich versuchte, ich würde nie wieder zurück in Zeit zurück. Aber das ist der einzige Weg. Ja. Oh, das ist großartig. Oh, da wird mir ganz fürchterlich schlecht schon wieder. Das ist doch ganz gut jetzt. Das ist großartig. Oh, Max. Ach ja, es gibt nicht so hüppel-coole Lehrer. Ach ja, es gibt nicht so hüppel-coole Lehrer. Das ist großartig. Oh, das ist großartig. Ach ja, ich bin noch ein bisschen. Du sch***st meine Schatz. Aber bitte, keine Angst. Wir haben alle Zeit in der Welt. Für heute, ich wusste, dass du besonders ist, wie ich sie sehen. Das ist nicht die Videokamera, die der hat. Aber ich liebe die Purity deines eigenen Bildes. Nicht wie Rachel, die immer in die falschen Pläne schaut. Schöne Rachel. Warte. Lass mich versuchen, das Engel. Jetzt könnte ich ihm ja in die Beine treten. ZB. Ich müsste weiter zurück eigentlich noch, bevor ich so eine Drogen setze. Danke. Danke, Max. Wenn nur Nathan das hier sehen konnte, dann hat er so schwer versucht. Aber man kann nur ein paar Beispiele hervorheben und erwarten einen stil oder ein Thema. Aber er hat einen Augenblick für Schäden. Und einen Augenblick für ein ganz viel mehr. Wie seine Elite-Familie will find out. Along mit Arcadia Bay. Schön. 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 Oh, diese Augen. Es ist einfach zu schlecht, dass du so... Gott sei Dank, Max. Aber dieser Raum ist unter 24-7. Also, all ich musste tun war, war zu telefon von Nathan. Und du hast direkt in meine Hand. Du musst wirklich fokussieren. Du musst wirklich auf der Schule fokussieren. Du musst nicht auf privaten. Du musst mit deinem kleinen Freund. Chloe. 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 Ja, ich bin sorry, dass ich... ... dass Nathan sie in Selbstverschung hat. Aber sie hat eine schwierige Geschichte, wie in der meisten Arcadia Bay. Niemand wird sich überrascht. Oder interessiert. Wenn der Stiefvater mal nicht... ... ihm auf der Spur war. Gut. Vielleicht ein paar mehr Close-ups. Max? Bitte, nicht so viel move. Und du musst den Stiefvater befürworten, ob der einen in eine andere Richtung lenkt vorher. Vielleicht... ... eine neue Dose wird dich unterhalten. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt就 clichd. Oder du右 sind. Das Lawrence wird... ... fühlt. ...Mut. Oh, nein. Ich brauche babysitteracht. Du hörst einfach nicht so schnell, dass sie? Im richtigen Teil ... Du hörst gar nicht mehr stark in 一doo� Gassen. Ob tú einem Господ auf就 GORDON policy figur partes Play yourawatt. Ich habe meine Augen auf dich, und ich habe das Gefühl, dass du mehr Angst hast, diese Woche, als vielleicht deine ganze Leben. Erinnerst du meine Nummer 1. Always take the shot. Oh, Jesus. Hätte ich jetzt was machen können? Nein. Ich brauche wahrscheinlich ein Foto von davor, irgendwie. Oh, okay. Okay. I broke those files when I kicked the trolley. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Na, okay. Deswegen nehmen die Fotos jetzt draußen. Ich habe vorher nicht draußen. Okay, jetzt verstehe ich es. Wieder scharf stellen. So. Das ist ein bisschen irritierend, weil es nicht wirklich scharf ist, wo man hinstellt. Man muss dann erst noch warten. Ich bekomme ein bisschen spektakulärer Bilder hier, Max. Ja. Wir sind am Hintergrund los. Ja. 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 Du bist ein saider. Ja. Du bist ein Psychopat. Ja. Und diese ist dein letzte Session. Tja, dann Ich bin für beleidigen, einfach nur beleidigen. Tja, dann 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 Tja, dann